Ciao zusammen. Ich bin Markus Ziegner. Entweder könnt ihr uns die Werbung überspringen, oder ihr wollt noch kurz klar erklären, zu welchen Gelegenheiten der Emmithaler AOP besungen das Fein ist. Das ist sehr gut. Ena, Steffo, danke, dass du mir deine Werbung machen lässt. Geil. Ist wahr? So geil. Ja, ist gut. Packst du mir den Einges? Danke. Wow. Tobias? Ist gut? Danke. Mittag. Ganz schön. Ich sieg.